Treffen sich zwei alte Bekannte nach über zehn Jahren wieder. Fragt der eine, hey na, wie geht's? Sagt der andere, oh mein Gott, ein bisschen furchtbar gerade. Meine Frau ist erst letzte Woche gestorben. Um Gottes Willen, was hat sie denn gehabt, wenn ich fragen darf? Ach, eine super Figur eigentlich, ein guten Job und auch recht schönes Haar. Nein, nein, ich meinte, was hat dir denn gefehlt? Ach, Kreativität beim Sex manchmal und gutes Make-up. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich meinte, woran ist sie denn gestorben? Ach so, sie ist von der Kellertreppe gestürzt, als sie fürs Mittagessen Kartoffeln holen wollte. Oh mein Gott, schrecklich. Und, ja, und was hast du dann gemacht? Na, was blieb mir dann schon übrig? Hab Nudeln gekocht. Gold PLAYS